Wir sind jetzt im Krankenhaus, in Wehe und ich kann es noch gar nicht glauben. Ich glaube, unser Sohn kommt heute auf die Welt. Ich habe jetzt seit 5.30 Uhr Wehen und sie werden immer stärker. Und ich freue mich so auf ihn. Ich bin so gespannt, wie er aussieht und wie er riecht. Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen.